In den letzten drei Jahren haben wir wirklich alles auf LinkedIn getestet, um systematisch an Leads und an Kunden zu kommen. Und aus diesem Grund dachte ich mir, bringe ich dir wirklich mal die besten sieben Funktionen mit, um wirklich systematisch Kunden über LinkedIn zu gewinnen. Und ich wette mit dir, dass du noch nicht alle sieben Funktionen für dein Unternehmen bereits nutzt. Und insofern, sieh dir die Folge unbedingt bis zum Ende an, wenn du wirklich planbar Kunden über LinkedIn gewinnen willst. Bevor wir heute starten, brauche ich unbedingt dein Abo auf meinen YouTube-Kanal, denn die 5000 YouTube-Abonnenten sind zum Greifen nah und damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du bereits in den letzten Wochen meinen Kanal neu abonniert hast, möchte ich dir ganz herzlich dafür danken. Das bedeutet mir immens viel und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein. Die erste geniale Möglichkeit, um Leads über LinkedIn zu generieren, ist aus meiner Sicht LinkedIn Events. Und tatsächlich ist es eine Funktion, die aus meiner Sicht völlig unterm Radar fliegt und ich weiß nicht warum. Denn tatsächlich wird der eine oder andere das vielleicht ausprobiert haben und keine großartigen Ergebnisse damit erzielt haben. Aber ich möchte dir einen Winkel geben, warum das Ganze so interessant ist. Denn tatsächlich hast du die coole Möglichkeiten und du siehst es hier bei diesem Beispiel, dass du 1000 Leute pro Woche für ein LinkedIn-Event einladen kannst. Und das ist tatsächlich eine unglaubliche Chance, sehr viele Menschen zu erreichen für dein Event. Und du siehst, nächsten Mittwoch habe ich ein nächstes Live-Training. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, findest du den Link genau hier. Bist herzlich eingeladen. Und du siehst, hier haben schon 43 Leute zugesagt. Und wir sind jetzt, während ich es aufnehme, fast eine Woche vorher, was immens gut ist. Und jeder, der weiß, der schon mal ein Webinar oder ein Training gehalten hat, weiß, wie schwierig es ist, an Teilnehmer zu kommen. Und 1000 Leute pro Woche einzuladen, ist eine unglaublich gute Möglichkeit. Worauf kommt es hier an? Natürlich auf den Titel. Also das bedeutet, du musst einen Titel treffen, was einfach relevant ist für deine Zielgruppe, wo sie sagen, dafür nehme ich mir die Zeit. Und natürlich auch das Titelbild will getestet sein. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch in unserem Mentoring-Programm gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln, wie man LinkedIn-Events so gestaltet, dass du wirklich teilweise 100 Zusagen hast bei 1000 Einladungen. Das haben wir gerade bei einem unserer Kunden hinbekommen. Und das war krass zu sehen, hatte am Ende, glaube ich, 25 Live-Teilnehmer und am Ende vier Termine und zwei Abschlüsse. Und das hat mir wieder diese Power von LinkedIn-Events gezeigt. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, klar, postet jeder regelmäßig LinkedIn-Content. Und in meinem Fall ist es hier wirklich ein Expert-Post, also ein fachlicher Post. Verkaufen auf LinkedIn hat einen unnötig schlechten Ruf. Und schreibe wirklich fachlich darüber, dass es sinnvoll ist, LinkedIn auch zur Akquise zu nutzen und das vollkommen okay ist. Was man aber machen kann, wenn man einen fachlichen Post sozusagen schreibt, dass man da drunter direkt etwas pitchen kann. In meinem Fall habe ich jetzt auch hier natürlich das Live-Training sozusagen gepitcht, weil das am Ende unser Frontend-Angebot ist. In deinem Fall könnte das aber zum Beispiel auch ein Calendly-Link sein und sagen, ein unverbindliches Beratungsgespräch sichern, um, was weiß ich, deine individuelle LinkedIn-Marketing-Strategie gemeinsam zu entwickeln. Also das bedeutet, auch da einen sogenannten Soft-Pitch einzubauen und wirklich so, was weiß ich, bei jedem zweiten fachlichen Post mal sowas drunter zu packen in die Kommentare, kann schon dafür sorgen, dass du wirklich regelmäßig Termine darüber bekommst. Eine Kundin von uns, Sarah, werde ich nie vergessen, die wirklich fleißig gepostet hat, einen richtig guten Job im Content gemacht hat und wir ihr dann irgendwann geholfen haben, diesen Soft-Pitch in den Kommentaren wirklich zu perfektionieren. Und dann hatte sie Termin nach Termin nach Termin und hatte innerhalb weniger Wochen über 100 Erstgespräche über LinkedIn. Und das war halt immens cool zu sehen, wie gut das am Ende funktioniert. Zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit jetzt ist etwas, was wenig genutzt wird auch, weil die meisten auch da es nicht richtig verstehen, diese Sachen zu formulieren. Und das sind aus meiner Sicht Umfragen. Du siehst hier, hast du Interesse an einer kostenfreien LinkedIn-Mastermind-Session, um dich mit anderen Content, um dich mit anderen zu Content und Social Selling auszutauschen. Mein Ziel war damit, die Leute in unsere Community zu bekommen. Klassische Lead-Generierung sozusagen, die Leute weiter aufzuwärmen. Und du siehst, 74 Leute haben am Ende da abgestimmt. Und das ist ja eine super spezifische Umfrage. Und ich würde sagen, um die 20 Leute sind wirklich in unsere Community rübergewandert. Und jeder, der sich mal mit irgendeiner Form von Werbeanzeigen beschäftigt hat, weiß, dass man für einen qualifizierten Lead gerne mal 10, 15 Euro bezahlt. Und nimm das mal 20, dann bist du schnell 300 Euro habe ich hier am Ende gespart, um Leute in meine Welt zu bekommen. Und das muss man sich immer klar machen, dass das vielleicht nicht der magische Kniff sozusagen ist, wo jetzt die Leute in die Bude einrennen. Aber wenn ich 20 Leute in meine Community bekomme, komplett kostenfrei mit einer Umfrage, dann ist das eine geniale Möglichkeit, um wirklich Leads über LinkedIn zu generieren. Ich glaube, wir sind bei drei. Kommen wir zu Nummer vier. Und hier auf dem Profil gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich dir vorstellen will. Die erste, die offensichtlichste, ist natürlich die Im-Fokus-Sektion. Da muss unbedingt dein Calendly-Link rein, denn wir wollen es den Leuten so leicht wie möglich machen, einen Termin bei dir zu buchen. Und ein Anreiz muss rein, warum die Leute sich einen Termin buchen sollten. Also es reicht nicht zu schreiben, unverbindliches Beratungsgespräch. Niemand will mit dir telefonieren, sondern muss dann schon verraten, was die Leute haben, wenn sie 20 Minuten mit dir telefonieren. Vielleicht ein Beispiel, wo du ein bisschen Inspiration dir holen kannst, ist hier zum Beispiel auf unserer Terminseite, wenn du dich zum Beispiel für unser Mentoring-Programm interessierst, schreibe ich dir auch ganz genau, was du sozusagen erwarten kannst in diesem ersten unverbindlichen Beratungsgespräch, warum es sich lohnt, mit uns zu telefonieren. Und auch das muss in die Im-Fokus-Sektion rein. Ansonsten, wenn du irgendwas hast, wo die Leute sich zum Beispiel für deine E-Mail-Adresse oder für deine E-Mail-Liste eintragen können, dann wäre das der zweite Link, den ich da reinpacken würde, weil du weißt, eigene E-Mail-Liste ist unverzichtbar, braucht man und umso früher du die aufbauen kannst, desto besser. Ich glaube, das war Nummer 4. Ein Punkt, tatsächlich Nummer 5, der meiner Meinung nach unterm Radar fliegt und auch ein bisschen indirekt eher für Leads generiert, ist das Thema Empfehlungen hier unten. Das bedeutet, du solltest da schon eine Handvoll von Empfehlungen haben von Leuten, die einfach ein gutes Wort für dich einlegen und bestätigen, dass du einen guten Job machst. Weil die Customer Journey ist heute transparenter denn je, die Leute gucken mehr nach denn je, ob du wirklich einen guten Job machst oder nicht. Und wenn sie dort unten nichts finden, dann ist das schon immer so ein bisschen suspicious, ja ein bisschen verdächtig. Und insofern ist das auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, die du unbedingt nutzen solltest. Ich glaube, wir kommen, ich gucke mal, ja genau, kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und zwar, das ist etwas, wo sich tatsächlich der Creator-Modus irgendwann lohnt. Ich bin ja tatsächlich jemand, der immer dagegen ist, diesen Creator-Modus einzuschalten, bis man nicht eine gewisse Größe hat und vor allem auch nicht gut genug in seinem LinkedIn-Content ist. Was ein großer Vorteil ist aber, dass du hier oben, wenn du den Creator-Modus einschaltest, einen zusätzlichen Link bekommst. Das bedeutet, hier könntest du auch zusätzlich sozusagen zum Beispiel deinen Calendly-Link einfügen und den Leuten sagen, was weiß ich, unverbindliches Beratungsgespräch für... In meinem Fall landet man hier natürlich auf unserem Vortrag, den man sich angucken kann und dann ganz genau weiß, wie Social Selling funktioniert. Und das ist natürlich eine coole Möglichkeit und ein großer Vorteil von dem Creator-Modus. Wie gesagt, erst ab einer bestimmten Größe relevant. Und die siebte Strategie, und da wette ich mit dir, erreiche ich eine offene Flanke, sind natürlich LinkedIn-Ads. Und das ist etwas, wo man natürlich auch das nötige Kleingeld dafür braucht, aber es ist eine coole Möglichkeit, gerade im Retargeting, auch für kleinere Budgets, die Leute, die sowieso schon um dich herumtingen, in deine Welt zu holen. Und du siehst, das Coole ist, dass gerade unser Marketing-System, was wir auch für LinkedIn aufgebaut haben, super schlank sind, weil auch die Werbeanzeigen gehen am Ende auf unseren einen Vortrag. Und das ist halt das Coole, dass wirklich wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden im Hintergrund jetzt diese Vorträge seit mehreren Monaten bauen und ihnen ganz genau zeigen, wie sie so einen digitalen Vortrags-Funnel bauen, der am Ende konvertiert. Und du siehst, egal, ob man Werbeanzeigen schaltet, ob man den organischen Content nutzt oder ob man ein LinkedIn-Event macht, alles routet am Ende entweder zu einem Live-Vortrag oder am Ende zu der Aufzeichnung davon. Und das sind wirklich die sieben besten Möglichkeiten, um Leads und Kunden über LinkedIn zu gewinnen. Bevor du jetzt weiterklickst, schau dir die sieben Funktionen wirklich ganz in Ruhe an, schau dir an, was du davon schon machst und was nicht. Wenn du wirklich LinkedIn für dich knacken willst und diese sieben Wege wirklich für dich freischalten willst, dann schau dir unbedingt unseren Social Selling Accelerator an, unseren kleinen LinkedIn-Kurs, wo ein Großteil davon drin ist und wir dich wirklich Schritt für Schritt durchführen, dass du wirklich systematisch Leads über LinkedIn sozusagen generierst. Und wir haben ein cooles Angebot im Moment und wenn noch nicht geschehen, dann sichere dir dieses Ding, denn tatsächlich über 1500 begeisterte Kundinnen und Kunden haben diesen Kurs sich schon gesichert, arbeiten jeden Tag damit und haben es geschafft, wirklich ihre Reichweite signifikant zu steigern und wirklich LinkedIn endlich für sich zu knacken. Und insofern, guck dir das Ding an, sichere dir das Ganze und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.